Heute ist der letzte Tag der Vorstellung der Ingame-Hersteller von Star Citizen und dementsprechend stellen sich alle fünf verbleibenden Hersteller vor. Argo Astronautics, Consolidated Outland, Crusader Industries, Tumbrel und Kruger Intergalactic. Alle zusammen bringen es aktuell auf 23 Schiffe und Fahrzeuge im Portfolio, wovon 15 am Start- und Einsatzbereit sind. Als erstes schaut die Gruppe auf den Tumbrel Cyclone. Der ist wild und schnell, erzählt John Crew, und in der Realität würde man die Fahrzeuge aller Wahrscheinlichkeit nach nicht über dem Boden prügeln, wie man es im Spiel vermag. Als das Gegenstück zum Cyclone könnte man den Greycat PTV bezeichnen, den oder das Personal Transport Vehicle. Das ist eigentlich mehr ein Golf-Caddy als ein Fahrzeug, aber hervorragend geeignet, um in den großen Hangars umherzukurven. Dazu muss man wissen, dass es ursprünglich nicht im Entferntesten angedacht war, dass es in Star Citizen, Monde oder gar Planeten geben würde, auf denen man mit Fahrzeugen umherfahren könnte. Der einzige Grund, weshalb man ein kleines Fahrzeug, den Greycat PTV entwickelt hat, ist der Umstand, dass die Hangars spätestens mit der Einführung der Starfarer so groß geworden waren, dass man für die Beschleunigung der Fußwege eine Lösung gesucht und mit der Greycat gefunden, entwickelt und implementiert hat. Als Jared den von der Community schnell buggy getauften Greycat sah, fragte er den Entwickler, ob es nicht cool wäre, damit im R-Corp-Testlevel herumzudüsen. Wie sich aber schnell anhand unerwarteter Explosionen zeigte, war das alles andere als cool und Jared resümiert, dass das zugegeben nicht seine beste Idee gewesen sei seiner Zeit. Dann gibt es Kruger Intergalaktik, den Hersteller der P-52 Merlin und der P-72 Archimedes, quasi das Äquivalent zum Greycat in der Luft und im All, die auf Spektrum bereits liebevoll als Pocket Rockets bezeichnet werden. Bevor es weitergeht zum ersten großen Hersteller dieser Runde, Consolidated Outland, erwähnt Jared noch einmal, dass sie in dieser Woche errechnet haben, dass RSI, der mit Abstand größte Hersteller ist, in puncto verkaufte Schiffe. Eine satte halbe Million Raumschiffe von RSI tummeln sich in den Accounts der Spieler, davon 400.000 Auroras. Die Nummer zwei ist Consolidated Outland. Das liegt nicht zuletzt am zweiten originalen Starterschiff, der Mustang oder Mustang. Die Mustang ist sicherlich eines der Raumschiffe, welches sich am meisten im Rahmen des Reworks, seiner Überarbeitung, verändert hat. Zuvor landete es auf seinen Flügelkufen, jetzt hat es ein Fahrgestell. Man stieg über eine Einstiegsluke unterhalb des Raumschiffs ein und die Silhouette war auch eher quadratisch. Genau wie von der Aurora gibt es viele Varianten der Mustang. Die Version Alpha ist eine Frachtvariante, wohingegen die Mustang Beta die Erkundungsvariante ist. Sie verfügt über einen klitzekleinen Aufenthaltsbereich mit Bett- und Kochnische, was für ein Schiff ihrer Größe ungewöhnlich ist. Die Mustang Gamma ist die Rennversion. Wo die Alpha ihren Frachtbereich und die Beta ihren Wohnbereich hat, dort besitzt die Gamma eine dritte Maschine, um maximale Beschleunigung und Geschwindigkeit aus dem kleinen Raumschiff rauszuholen. Außerdem verfügt die Gamma über verhältnismäßig geringe Feuerkraft. Das Gegenstück dazu ist die Delta, die wiederum über erweiterte Kampfoptionen verfügt. Neben zusätzlichen Kanonen besitzt sie nämlich außerdem auch Raketenlafetten unter ihren Flügeln. Bei dieser Gelegenheit erwähnt Jared, dass vom heutigen Tag bis einschließlich 4. Dezember rabattierte Starterpakete zum Verkauf verfügbar sind, die allerdings in ihrer Stückzahl limitiert sind. Hierzu zählt auch das von mir gestern noch gesuchte Starterpaket mit der Prospector, welches jetzt ebenfalls verfügbar ist zum rabattierten Preis in begrenzter Stückzahl. Alle Einsteigerpakete könnt ihr euch ansehen auf der RSI Homepage im Menüpunkt Pledge Store, Game Packages. Zuletzt wird noch ein wenig über den Gründer von Consolidated Outland gesprochen, dem Milliardär und Sonderling Silas Körner, der sein Vermögen mit Sprungkommunikation, Jump Communication verdient hat. Seiner Persönlichkeit folgend gründete er das Unternehmen als Versuch, gegen die seiner Meinung nach überregulierte Raumfahrzeugindustrie vorzugehen. Und um das zu unterstreichen, ließ er die Manufakturen nicht im sicheren zentralen Raum der UII bauen, sondern als erster Raumschiffhersteller überhaupt auf Planeten der Grenzwelten. Als nächstes geht es zu einem Hersteller wirklich großer Schiffe, Crusader Industries, von denen bislang noch kein einziges Schiff flugfertig ist. Hier gibt es beispielsweise die Starlifter mit ihren Varianten C, M und A. Die Starlifter ist aktuell das einzige Schiff im Spiel, welches genügend Frachtraum besitzt, um den Nova-Panzer transportieren zu können, von CRG versehentlich als Tonk angekündigt, aber das nicht bewusst, sondern weil der Kollege Quentin Billemont als gebürtiger Franzose das einfach nicht anders ausbrechen konnte. Das ist ein 12 Meter lang, 5 Meter tall, 9 Meter weit Tonk. Ich bin gespannt, dass es auf dem Tonk arbeiten zu arbeiten. Jeder Kind der Spieler will einen Tonk. Ein Name, der von der Community seither liebevoll gepflegt wird. Die Variante C2 der Starlifter ist die reine Frachtvariante, während die M2 mit stärkerer Verteidigung und Waffen ausgestattet ist. Aber im Grunde genommen immer noch ein Frachter. Im Video werden fälschlicherweise zur Bezeichnung der M2 Bilder der A2 eingeblendet. Und das ist in seiner Stückzahl begrenzten Verfügbarkeit das, was man als fliegende Festung bezeichnen kann. Und der Frachtraum der A2 ist so modifiziert, dass man riesige Bomben, laut CRG die Mutter aller Bomben, transportieren und abwerfen kann. Die Modifikation des Frachtraums bzw. des Abwurfschachts ist dabei modular, sodass man sich entscheiden kann, ob man eine einzige riesige Bombe mitführen möchte oder das Zielgebiet lieber mit Bombenteppichen eindecken möchte. Anwohner A2 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 A3 Vielen Dank.